Einsatz für Rettungswagen 12041, Feuerwache Berlin-Mitte. Zwölf Stunden von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends ist die Besatzung unterwegs, um Leben zu retten. Ich bin Angelo Neithard, Brandmeister bei der Berliner Feuerwehr, bin 33 Jahre alt und fahre heute in Rettungswagen 12041 von Mitte. Ich bin Nikolas Dommerich, bin 23 Jahre alt, bin jetzt im zweiten Lehrjahr, um Notfallsanitäter zu werden. Mein Name ist Sebastian Günther, ich bin 49 Jahre alt, seit 24 Jahren Feuerwehrmann und bin Notfallsanitäter Praxisanleiter auf der Feuerwache Mitte. Von den fünf Rettungswagen der Wache sind heute nur drei im Einsatz, es fehlt an Personal. Wir sind ja im Einsatz, am Gleis 2, am Alexanderplatz, da fahren wir jetzt hin und dann gucken wir mal, was uns da wartet. Hinten im Behandlungsraum bereitet sich Notfallsanitäter Sebastian Günther auf das Schlimmste vor. Günni, für dich, wir haben eine Suizidankündigung, haben Gleis 2. Das ist ein Alexanderplatz. Einsatz auf dem U-Bahnhof kann bedeuten, dass die Notfallsanitäter auf Menschen treffen, die sich vor den Zug werfen, um ihr Leben zu beenden. In diesem Fall kommen die Feuerwehrleute rechtzeitig. Die Untersuchung ergibt, der Mann hat 3,4 Promille im Blut. Das ist ein Patient, der ist hin und wieder alkoholisiert und droht dann an, sich was anzutun. Ist aber stadtbekannt und da ist der Ablauf dann halt üblich. Wir fahren in eine Psych, dann kann er sich dann kurieren lassen. Über 600 Mal hat die Feuerwehr diesen Mann schon in die Psychiatrie gebracht. Im Krankenhaus soll der Betrunkene ausnüchtern, doch er entweicht und wird am selben Tag noch einmal die Feuerwehr beschäftigen, wieder mit einer Selbstmorddrohung. Während Rettungswagen 12041 durch diesen Einsatz blockiert ist, herrscht auf der Wache Notstand. Mein Name ist Markus Rabe, ich bin 35 Jahre alt, bin der Wachabteilungsleiter auf der Feuerwache Mitte in Berlin. Die Einsatzkarte zeigt dem Wachabteilungsleiter, wie wenige Rettungswagen, kurz RTW, in der Hauptstadt in diesem Moment zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt gerade wieder einen neuen Alarm bekommen, das ist unser Alarmzettel, da wo drauf steht, wo wir hinfahren müssen. Das Problem ist, da wir stadtweit gerade noch zwei RTWs verfügbar haben, ist der Alarmweg relativ weit. Das heißt, wir haben eine Anfahrt von ungefähr 26 Minuten, was natürlich dann bei dringenden Notfällen für den betroffenen Patienten sehr ungünstig ist. Kaum hat RTW 12041 das Krankenhaus verlassen, schon wartet der nächste Notfall. Wir haben Einsatzzustand bei unbekannten psychiatrischem Notfall. Der Patient hat selbst die 112 gewählt. Depressionen, Selbstmordgefahr, mit Blaulicht jagt der RTW durch die Stadt. Zu oft wird die Fahrt von Autos gestoppt, deren Fahrer nicht schnell genug Platz machen. Stress für die Feuerwehrleute, wenn jede Sekunde zählt. Doch die Situation am Einsatzort ist anders als erwartet. Der Patient steht vor dem Haus. Der Mann, der den Notruf gewählt hat, steht mit Koffer vor der Tür und möchte ins Krankenhaus gebracht werden. Der Notruf als Taxinummer. Die Kosten für die mehrere hundert Euro teure Einsatzfahrt trägt der Steuerzahler. Denn auch dieser Patient hat Selbstmord angekündigt. Na ja, wenn der Suizid ankündigt für uns, dann ist es ein Notfall, dann müssen wir ihn ins Krankenhaus bringen. Aber er hätte natürlich auch alleine fahren können. Aber mit dem Stichwort müssen wir ihn auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn der Job bei der Feuerwehr ihr Traumberuf ist, die oft unnötigen Alarmierungen frustrieren, besonders nachts. Wir sind hier im Kiez in der Innenstadt. Der tippt hier Freitag und Samstag Nächte. Und ernst ist relativ vermeidbar sind 80 Prozent im Kiez in den Mächten. Also wenn es kein Alkohol gäbe, hätten wir nachts ganz wenig zu tun in der Innenstadt. Also klar hatte ich schon erwartet, dass es mehr Unfälle gibt und mehr Schwerverletzte und sowas. Aber gerade diese Alkoholgeschichten und so, das hat man sich so nicht vorgestellt. Also ich habe das Gefühl, als ich jetzt in meinen drei Jahren hier bin, dass die Leute sehr hilflos geworden sind. Dass viele nicht mehr Plan B im Kopf haben. Wen könnte ich vielleicht noch kontaktieren für die kleineren Sachen, die ich vielleicht haben könnte. Dann könnte ich meinen Nachbar fragen, könnte ich Bekannte fragen. Kann ich vielleicht auch mein Taxi ins Krankenhaus fahren? Das gibt es alles Möglichkeiten, die man machen kann. Aber es wird gar nicht mehr darüber nachgedacht, sondern es wird der einfache Weg gewählt. Und das sind auch Sachen, die uns dann halt auch belasten, dass wir halt viel fahren, was nicht nötig ist. Auf der Wache Berlin-Mitte kommt ein Löschfahrzeug vom Einsatz zurück. Die Feuerwehrleute sind ausgebildete Sanitäter und halfen bei einem Unfall. Denn der Rettungswagen war zu weit entfernt. Eine Notlösung, denn Patienten transportieren kann das Löschfahrzeug nicht. Das Problem ist, dass die Kollegen eben so oft auf dem Rettungswagen sind und so viele Alarme fahren, dass wir auf Verschleiß fahren und dass wir dadurch auch einfach Personalausfälle haben. Und dadurch haben wir halt auch viele Langzeitkranke und es fallen halt immer mehr Kollegen aus. 16 Uhr. Nach neun Stunden ist Zeit für eine Mittagspause. Heute ist sie 15 Minuten lang. Als Beamte haben wir offiziell keine Pause. Aber wir haben die Möglichkeit, 15 Minuten lang das Auto nach dem Einsatz mal sauber zu machen. Und das lässt sich dann kombinieren. So, Not. Wir drohen, Auto sauber machen, frische Sachen anziehen und dann noch schnell ein Essen runterfliegen. Gegen Ende der Schicht wird RTW 12041 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Mann ist mit einem Leihroller gestürzt, hat schwere Verletzungen. Wir haben den jetzt eingepackt, vakuumiert, weil wir nicht genau wissen, was er für Verletzungen alles hat. Und jetzt behandeln wir ihn weiter im RTW. Also das ist ein Einsatz, wofür wir ausgebildet worden sind. Das sind genau die Einsätze. Die Feuerwehrleute wünschen sich Unterstützung. Entweder müssen mehr Sanitäter eingestellt werden oder die Bürgerinnen und Bürger müssen auf unnötige Anrufe unter der 112 verzichten. Damit die Feuerwehr nicht selbst zum Notfall wird. Und jetzt sind wir wieder in der 10-15-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190-190- Vielen Dank.